Und weiter geht´s. Der Mist geht weiter. So. Wir müssen uns abfrischen. So und weiter geht´s. Wir stellen uns die Mission. Was haben wir hier? Endlich ist das Ding. Das Ende der Activate. Die Activate sind auch noch alle aktiviert. Ach du Schande. Tja. Ach so, hier sind wir jetzt. Ist ja interessant. Auf der anderen Seite, auf der Unterseite von dem Ding. Da kommt mal da. Da kommt mal die Hildze, oben. Du. Nice. Wir vermutieren das nochmal durch. Sieht richtig aus. Das war aber auch im grünen Bereich. Oh Mann. Da braucht man Timing, wir müssen es dann hier schnell. In der Zeit wird die Musik wirklich angenehm, ich finde die gar nicht mehr so schlimm. Am Anfang nervt die noch ein bisschen, aber wenn man eine Weile lang gespielt hat, hat man sich dran gewöhnt. Es wird gewöhnungsbedürftige Musik. In den ersten 3 Minuten, ja. In den ersten Part, auch mittlerweile, weil ich da schon ein paar Stunden Spielzeit habe. In den ersten 2 Stunden sagt man auch okay. Anstrengend, aber inzwischen... Aber wenn du VVV durchgespielt hast und alle gerettet hast, Wenn du das nicht durch hast, dann kannst du wirklich... Du kannst stolz darauf sein, dass du wirklich... Da ist dann wirklich was. Das ist eine Errung geschafft. Das zu schaffen. Also brutal schwer ist das Spiel auch nicht. Aber das ist... Das ist nichts für... Das ist schon was wert. Das durchgespielt zu haben. Also... Das ist schon eine Ergenschaft im Leben. Bei mir ohne Rage Quit. Das ist das Ziel. Ich bin entspannt. Ich bleib entspannt. Okay, einmal bin ich schon mal fast ausgerastet. Weil... Da ist dann wirklich kein Bock mehr, wo es dann wirklich... Wenn man dann zum 150. Mal... Eine Stunde lang dort beim Helm... Das sind dann gefühlte Tage, Wenn man dort irgendwo... In einem Level... Das denkt... Ach da müssen wir in den Apfel scheißer. Das würde ich auch meinen Chipweins. Congratulations, you have found a shiny trinket. 4 out of 20... Wie viele? Ähm... Müssen wir hoffentlich nicht alle finden. 4 out of 20... Wie viele? 3 out of 20... 4 out of 20... Krass hoch. 4 out of 20. 0... Oh! 6 out of 20. 6 out of 20. 5 out of 20. Ähm... 21. Sooo... Ach, hier waren wir doch schon, oder? Ach ja, stimmt, da war immer ja auch... Da muss jetzt das Ding geholt. Und nun? Wir kommen da hinzu. Das ist ein Teleporter. Mal gucken auf die Wand. Okay. Okay, okay, dann muss es so gut irgendwie weitergehen. Müssen wir nach unten. Rechts. Und hier muss es noch weitergehen. Hier muss es noch was geben. Ah ja, hier. Sehr schön. Hier, check the points, check the points. Ach du Scheiße. Das wird lustig. Ach du Scheiße. Ich muss es mal wirklich hier mal versuchen. Na, ach verstehe. Wir müssen erstmal durch. Nein. Wir müssen auf das Gelbding nur drauf. Wir müssen jetzt zwischen den Klingern durchfallen. Hier gibt es ein Checkpoint. Sehr schön. Ach du Scheiße. Das muss man ja erstmal schaffen. Hier ist der Checkpoint. Nice. Ach du Scheiße. Das wird zu knapp. Nichts, was wir nicht schon geschafft hätten. Wir müssen noch ein bisschen beschleunigen, wenn wir oben sind. Bisschen Donner beschleunigen. Hätten wir nochmal runter gemusst. Wenn ich das Spiel durch habe, bin ich aber glücklich. Weiß nicht, ob wir das heute im Stream schaffen. Ich habe auch eine gute Stunde Zeit. Weiß eine Stunde. Bis der Mongos spielen wollte. Bis der Mongos spielen wollte. Zum Begleich ist nachher noch die Zunge auf YouTube hoch. Dann würde ich mir sagen, wozu der ganze Scheiß hier. Das ist eh keiner sieht. So. Hochbeschleunigung und runter. Hochbeschleunigung und runter. Wir müssen nur gucken, dass man richtig hoch und wieder runter kommt. VV drücken. VV drücken. Oh Mann, jetzt kann ich noch ein bisschen dauern. Aufspiel Bisschen immer. Sie können doch mal einen Top. Und wenn das Team. Das Team angezeigt. Ich sage das immer an, wenn das Team ich bin. Aber ich glaube, dass ein Freund einfach spielt. Im Stream. Tja. Im Spiel spielen können, aber nicht bei mir im Stream zuschauen. Ach Spaß. Ich steame gerade und er spielt ein bisschen Energiezimmer. Kann er mir auch bei VVVV zuschauen. Oh echt. Mensch, dieser Prof. Wahrscheinlich weiß er gar nicht, dass ich steame. Der ist ja nicht mehr auf meinem Discord-Zimmer. Tja. Oh Mann. Ich muss mal hier rechtzeitig klicken. Oh Mann. Ich brauche gleich wieder dringende Pause. Wenn ich hier durch bin, brauche ich noch eine dringende Pause. Man kann hier schon beschleunigen. Bis man hier nur eine Lücke finden. Was heißt denn Lies auf Englisch? Oder Lies? Ist das die Lüge? Lies? Die Lügen? Die Lüge der Lies? Oder was? Auf Deutsch heißt es ja Lesen. An Iß. Also Lies ein Buch. Wiedeck. 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 Das heißt auf Englisch nicht. Auf Englisch heißt es Lesen. Wiedeck. Na toll. Jetzt haben wir es bis hierhin geschafft. Und dann... Verdammt zu. Einmal richtig rennen kann man nicht. Man muss wirklich mal zwischen... Einmal runter. Warten am umdrehen. Man muss da aber völlig sehr schnell reagieren. Wenn man das dann noch zum zweiten Mal hinkriegt. Oh ja. Puh. Das haben wir geschafft. Und wie kriegen wir das jetzt hin? Müssen wir es nochmal drittes Mal schaffen. Um wieder hochzukommen. Zum Checkpoint das erste Mal. Ach Mensch. Nach einem Spiel. Nach einem Spiel. Das Einen müssen wir auch noch mindestens heute retten. Sonst hat das hier wohl kein Erfülltes. Wir haben ja noch heute keinen Crewmitglied gerettet. Ich hoffe das ging mir jetzt hier. Genau. Unsere Mission wenigstens in diesem Stream zu irgendwas wert. Das dauert ja einmal länger hier die Crewmitglied zu werden. Ein interessanter Fact. Ich vielleicht... Wir müssen in der Slowboon. Okay, das haben wir hingekriegt. Nice, Checkpoint. Das ist schön. Ich mach gleich mal ne kleine Pause hier. Checkpoint. Oh ja. Ich mach ne Pause. Oh man, oh man, oh man. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Ich lasse euch die Musik an. Könnt ihr ein bisschen genießen während der Pause. Könnt ihr ein bisschen Musik genießen. Bis gleich. Ich lasse euch die Musik an. Ich lasse euch die Musik an. Ich lasse euch die Musik an. Ich lasse euch an. Vielen Dank.